Ich bin schon gespannt, Freunde. Ich bin echt gespannt, weil ich glaube, es ist der erste Track von Farid und Flair, weil die Vergangenheit war ja nicht wirklich berauschend von den beiden. Von daher muss es der erste sein und eigentlich hätte ich das auch so oder so mitbekommen. Und daher bin ich echt gespannt, Mann. Ich weiß gar nicht, was ich erwarten soll, weil Flair hat sich jetzt ja von seinem Stil, zumindest bei High-Level-Ignoranz, ein bisschen verändert. Ja, Gary habe ich schon geguckt, Simon Hürte, kannst du zurückspulen. Er hat sich ja ein bisschen verändert, sag ich mal, von seinem Stil, ja, mit High-Level-Ignoranz. Deswegen bin ich gespannt, was Farid macht, weil Flair hat sich nicht unbedingt in eine Richtung bewegt, die Farid rappen würde, habe ich zumindest das Gefühl. Von daher weiß ich nicht genau, was ich jetzt erwarten soll von diesem Feature hier. Ich bin aber echt extrem gespannt, was die beiden hier raushauen. Und DevShop-Werbung sehe ich gerade, krass. Präsentiert von DevShop-Freunde, krass. Da kaufe ich auch mal ab und zu ein, haben nice Sachen. New Flucci, Alter, was hast du gesagt? Er kann in Videos keine Spongebungslieder anhören wegen Copyright, das stimmt. Ich wollte mir Yellow Babitz mal ansehen, habe ich auch schon hochgeladen und alles, wurde aber gesperrt. Von daher muss ich da ein bisschen aufpassen. Ich kann gerne mal was aufnehmen und versuchen hochzuladen, aber kann sein, dass es auf jeden Fall wieder gesperrt wird. Oh shit. Du wolltest ja eh mehr von Demon und Johnny einhören. Können wir machen. Auf jeden Fall. Oh, Alter. Vor allem, da muss ich direkt mal zurückspulen. Da muss ich direkt mal zurückspulen. Hier einfach die beiden zu sehen, das ist wie so ein Crossover. Weißt du, was ich meine? Wie, wenn jetzt irgendwie, keine Ahnung, DC und Marvel so Batman und Iron Man da so sind, weil die einfach vorher nicht wirklich was miteinander zu tun haben, immer so gegenseitig Sticheleien hatten. Jetzt sind sie hier beide zu sehen, Mann. Das ist schon heftig, Mann. Das ist schon heftig, Alter. Nee, ist fake. Nee, ich bin der Echte. Ich weiß nicht, was er meint von, aber ich sehe es auch so. Oh Mann, Alter. Das sieht nice aus jetzt schon. Also, Freunde, ich werde wahrscheinlich diese Stelle auch irgendwie auf YouTube hochladen, zumindest versuchen. Und von daher, heilen alle YouTube-Zuschauer. Oh, Alter. Die Stelle hier von Flair, Alter. Die müssen wir nochmal geben. Alter, nice, Mann. Nice, Alter. Nice, Alter. Übertrieben nice. Es werden hier so zwei Stilarten irgendwie kombiniert, habe ich das Gefühl. Es ist schon der Anfang zumindest so ein bisschen, das war, was man jetzt bei Flair auch bei High-Level-Ignorance gesehen hat. Aber der Part von Farid ist gewohnt, gut. Und die Harmonie bis jetzt, krass, Alter. Ähm, Ida ist willkommen. Alter, Freunde, also, wenn ich irgendwann mal so eine Polizistin sehen würde, die so aussieht, Freunde, dann würde ich auf jeden Fall easy, freiwillig einsteigen. Ich sag's euch, Freunde. Nice, Mann. Nice, Mann. Sind zwei G's wie der Spitzname Buffonz. Alter, es ist einfach krass, Alter. Ähm, ich bin Yannis Utinger. Krass, Reportagens Mutter. Äh, hast du zwei Accounts? Ich hoffe, du hast mit beiden Accounts gesuppt, Alter. Ist ein Muss, ist ein Muss. Ähm, allgemein, das Video sieht echt nice aus. Mann, da kommt eine gute Stimmung auf, hier mit dem ganzen Team im Hintergrund. Ähm, das ist schon ein nicer Track, muss ich sagen. Ein Team, sind zwei G's wie der Spitzname Buffonz. Was uns verbindet, ist der Arm, geht nicht Scham, geht mal K. 63 Scham, Mann. Also hier, oh, Freunde, nicht, dass ich hier gleich gesperrt werde von YouTube. Ähm, so. Ähm, ich muss sagen, das ist jetzt schon so ein bisschen, ähm, sehr, sehr musikalisch, was Flair jetzt hier, äh, für ein Part hat. Äh, was ich aber gut finde, weil es passt echt, weil, wenn, äh, irgendwie Farid versuchen würde, jetzt hier so was, äh, musikalisches rauszuhauen, wäre jetzt nicht ganz so gut, man kennt's, Freunde. Äh, aber so, dass das echt gut gemacht ist, ähm, jetzt Farid eher so auf den richtigen Rap-Teil geht und jetzt, äh, äh, Flair hier guckt, dass er sich in der Hook so ein bisschen rumkümmert. Ähm, gefällt mir echt gut, Mann. Echt feierbar, Mann. Oh, nice, Alter. Der 63er AMG. Komm, komm, komm. Drug Deeds, keine AGB. Der HB. Und meinen Google, sie lässt dich verbluten. Treffe dich in deinem Atemweg. Der 63er AMG. AMG verbindet, so wie Tesla. Steh mit Farid an der Esso. Tank und trinke zwei Espresso. Zahm mit Gold, nah, Maestro. Es ist echt so ein nicer Flow, den die beide hier haben. Jetzt kommt, ähm, grad Flair mal das erste Mal so richtig in so ein Rap-Part rein. Äh, ich will sagen, Freunde, es ist echt feierbar. Ich, ich hab mir, äh, sowas, äh, echt schon gewünscht irgendwie. Äh, auch wenn ich jetzt nicht so der übelste Farid-Fan war, lange Zeit noch nicht der übelste Flair-Fan. Aber, dass die beiden was zusammen machen. Man hätte das, man hätte immer so gedacht, ja, könnte funktionieren. Aber jetzt, wo es draußen ist, ist es einfach echt nice. Nice, Mann. Krass, Alter. Auf jeden Fall, 777, auf jeden Fall, äh, nicer Typ. Alter, ich gucke mal, ob ich, äh, dir irgendwie helfen kann, ähm, für dein, äh, Leben. Hab dich mal vorübergehend, äh, blockiert, mein Süßer, bist, bist ein Süßer. Und ging es nur ums Überleben, heute lebe ich dieses Überleben. Was uns verbindet, ist der Arm gegen mich. Das hört sich nice an, Mann. Junge. 69 Scham-Arm gegen. Und so lange sich die Felge dreht. Dreht sich, dreht sich, dreht sich. Dreht sich. Oh Gott, Freunde, da wollte ich mitsingen, hab völlig verkackt, Freunde. Aber, das ist das, was ich meine, so, die Hook, ähm, so gesungen. Oder, ich weiß nicht, es ist ja nicht wirklich gesungen. Aber so allgemein, äh, die Hook von Flair ist einfach echt feierbar. Ja, ich hab ja den für 300 Sekunden kurz blockiert, Freunde. Also, es gibt direkt ne Schelle hier, wenn ihr irgendwie faxen macht. Ich sag's euch. Oh nice, das ist ja richtig Stimmung auf hier. AMG. Krass, Mann. Feierbar, Mann. Echt feierbar, muss ich sagen, Freunde. Echt feierbar. Er hat nur ein paar Mal Mittelfinger gezeigt, Freunde. Es war jetzt auch nur mehr als Joke. Ich wusste nicht, dass er direkt für 300 Sekunden, äh, nichts schreiben kann. Sorry dafür. Ähm, was noch... Echtung. Echtung. Bis zum nächsten Mal.